Like, wenn du auch Playground vermisst und lass ein Abo da, wenn du mich schon nicht abonniert hast, das ist kostenlos auf YouTube, bitte, ja. Heute Abend Livestream, kommt unbedingt vorbei, jajajaja. Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, mit dabei ist leider wieder der gute Brox. Ja Leute, was geht ab? Ich sag leider wieder der gute Brox, macht ja gar keinen Sinn. Leute, man kann mir mit den Basketball-Emotes einiges Tolles anstellen. Ich dachte mir, wir gucken einfach mal, was man damit alles so machen kann. Ich dachte mir, wir bauen so eine kleine Bahn. Die Challenge ist quasi, Leute, dass wir den Ball nicht selber in den Korb reinbringen dürfen, sondern ihn versuchen müssen, mit Rampen in den Korb zu legen. Brox, kriegen wir das hin? Ja, wir schaffen das. Können wir dies schaffen, Brox? Ja, das können wir. Okay Brox, dann lass uns das versuchen, auf geht's. Okay Leute, ich würde sagen, wir landen direkt in Retail Row, denn da ist direkt ein Basketballfeld und auch alles nötige an Materialien. Natürlich wird es hier erstmal richtig schön durchfließen, Leute. Ja, dann werden wir sterben, Digga. Hä, bitte was? Jetzt hör doch mal auf, Alter. Ganz ehrlich, Digga. Also in Greasy ist auch ein Basketballplatz. Okay, du wirst gleich sehen, du wirst gleich sehen, was du davon hast. Ich werfe schon mal meinen Basketball, warte, wo ist er? Bist du schon mal so einen Biddo-Basketball? Nee, nee, ich hab den schicken Basketball, Broder. Hab ich auch. Guck mal, wie er fliegt, Alter, sehr schön. Okay, sollen wir vielleicht das Ganze aus hier nach Gegnern umgucken, weil ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall tun. Oh, siehst du den Profi hier? Siehst du das? Nee, im Leben triffst du direkt. Hast du getroffen? Ja. Okay, warte mal, ich versuch's auch mal. Ja, kannst du dich mal werfen, oder was? Hä? Was? Ist ja sau random, wie weit der fliegt einfach. Nee, guck hier, drin. Der fliegt ja echt random, Alter. Jawohl. Jawohl, sehr schön. Okay, lass uns mal ganz, dass wir die Gegner alle ausschalten in Retail Row. Warm, Junge, der hätte mir Schaden bekommen. Mal einen Schuss hab ich, ne, Rox? Und hier hat ein 150er Förster gebraucht. Ja, moin, Digga. Sehr schön. Gut, das blieb auf jeden Fall schon mal ganz gut. Folgende Idee hab ich jetzt, ja? Mhm. Lass mal gucken, ob wir es hinbekommen, wenn wir jetzt tatsächlich einen Basketball in den Korb hinein befördern müssen. Von einer Rampe in den Korb rein, ja? Ja, das Ding ist, du willst ja deine Bahn noch bauen. Ja, richtig, dann machen wir jetzt. Also funktionieren tut es auf jeden Fall schon mal 100%. Boah, das wird echt schwierig, ne? Man kann ja, also guck mal, das Ding ist ja, der Basketballkorb ist ja halb. Weißt du, was ich meine? Ey, was machst du denn da? Pass mal auf, warte mal. Okay, wie meinst du? Oh, warte, wir haben einen Vertanen. So. Brox, ist das dein Ernst, du dämlicher, dämlicher Mensch? Ich glaub, so weit wie das drauf ist. Brox, ich frag mich manchmal wirklich, ob das, also, meinst du das ernst, Digga? Also, ich mein, deine Eltern sind die verwandt? Falls ja, also bis zu welchem Grad? Also, Brox, ich verstehe mich nicht falsch, aber das, 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 das. Gegner, Gegner von uns. Is low, is down? Auch down. Stock, stock, stock. So, pass mal auf. Laten Sie jetzt mal gucken, ob wir das hinbekommen, weil ich glaube fast schon, dass das gar nicht funktioniert. Doch, klar, wir müssen das nur von, pass auf, ich hab ne bessere Idee, der Ball wird ja wahrscheinlich springen. Warte, ich versuch mal, ich versuch mal von hier oben, ich versuch mal von hier oben den Ball reinzuwerfen, okay? Komm, von hier aus Challenge, von hier aus Challenge. Ja, wer zuerst mal? Ja, Junge, das ist unfair, nicht wegblocken, Alter. Oh, gegeben, Junge, okay, try. Du dummer, ja. Nein, okay, okay, okay. Warte, jetzt Trickshot von hier vorne, jetzt Trickshot von hier vorne? Okay, Digga, komm schon, den treff ich, den treff. Oh mein Gott, die Zone kommt. Ah, auf geht's, rein da. Oh, oh. Oh Gott, die Zone kommt, die Zone kommt. Na, du Lappen, Alter. Ich bin genockt. Hä, was? Oh, ich hab getroffen, 30 Meter. Willst du mich hochziehen oder nicht? Hallo? Nimm die Beine in die Hand und laufe weg. Brox, also ich glaube, wir hätten das echt noch gewinnen können, die Runde, wa? Brox, mach's gut. Murmelbahn hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ich würde sagen, Digga, wir machen jetzt folgendes, okay? Wir müssen jetzt von verschiedensten Orten aus in den Basketballkorb reintreffen und die Runde gewinnen. Was sagst du dazu? Näh. Mach mal ready, bevor I Cry Maze wiederkommt. Ich bin da. Fuck, Mann. Okay, Max, dann spiel halt mit. Mein Gott, Digga. Oh, Junge. Ist ja belastend. Ja, komm auch. Ja, ist ja gut. Ja, komm auch, Junge. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn, Alter? Ich krieg Albträume, Junge. Also, Leute, passt auf. Wir formen das Ganze jetzt ein bisschen um. Ich glaube, das mit dem Murmelbahn-Ding habe ich mir besser vorgestellt, als es endlich geht. Wir gehen jetzt hin und versuchen, überall in Retail-Rows Bots auszubauen, von denen wir den Korb aus treffen müssen, okay? Ja. Easy. Also, meinst du von jedem Haus mal treffen oder was? Max, bitte, okay? Lässt du mich kurz reden? Ja, das wäre super. Okay. Gewonnen hat diese Runde, also eben scheinbar wohl ich, weil ich hatte drei Kills und noch mehr Treffer als Brox. Die erste Runde geht also schon mal an mich. Ey, ich habe auch getroffen. Ja, aber nicht im Leben, Brox. Da hast du verloren. Aha. Da ist auf jeden Fall eine Person, die ich gerade erspänen konnte. Oh, danke schön. Ah, rechts, rechts auch noch hier. Oh, der hat aber übel kassiert. Ich bin der Magnus mit der goldenen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Leute, ich kriege einen Headshot mit der Pistol, der arme, Alter. Einer, oh Gott, von hier vorne links. Oh Gott, ich bin so leuer, helf mir mal bitte. Ich habe keine Baumaterialien. Ich bin down. Alter, links sind vier Leute. Also, einer von euch beiden vielleicht schworl, dann. Ich wurde grenade, Alter. Ich habe keine Ressourcen mehr. Max, du hättest mich schon längst hochziehen können, ne? Jetzt auch gespürt, Max. Ähm. Max, also ich bin... Also, Max, deine Spielweise verstehe ich bis dato nicht. Also... Habt ihr schon mal den herzigsten Trickshot gesehen, eures Lebens? Nice. Hab ihn down. Kommt noch eine Person, da kommt noch ein John Wick angelaufen vorne. Oh, du Kack. Oh mein Gott, noch ein Gott, Alter. Ganzes Team, ganzes Team, ganzes Team. Hab einen genockt. Komm, Prox, hol ihn. Nice. Kommt mal her, hier. Wir wollen jetzt hier Basketball spielen. Wie echte Männer, ja? Okay, komm mal her, hier. Lass mal von hier was suchen. Boah, oh, ey. Man hat uns sniped jemand. Eier auf mich wird gesniped. Ja, jemand macht auch, gell? Von hinten, von hinten. Ey. Wir wollen jetzt runter snipen. Ja, die gönnen nicht. Die gönnen nicht die Trickshot Challenge. Boah, wie weit sind die denn weg? Nein. Ach, Mann. Ich hasse mein Leben, Alter. Ich hole dich, ich hole dich, ich hole dich. Ich mach hier direkt den Höchsten. Oh, oh, hilft der rein? Nein, Digga. Boah, wie erschrocken, Alter. Dieses Bouncepad. Okay, komm. Jetzt, komm, 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 komm. Komm schon, komm, komm. Hüpfe rein. Wir haben beide getroffen, Digga. Nice, Alter. Digga, lass nächste Challenge. Komm, nächste Stufe, nächste Stufe höher. Okay, 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 warte. Ich hab die Kante. Oh. Ja, neben. Nein. 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 Och, Mann, Alter. Ich hasse alle Mitspieler. Ich hab sieben Geld. Okay, meinst du dich treff von hier, Digga? Oh, ich bin schon die ganze Zeit echt knapp da dran. Komm schon, Digga. Komm schon, komm schon. Wie knapp meinst du es? Okay, auf geht's, Jungs. Werfen, werfen, werfen. Er ist fast ein. Oh, was hat er getroffen? Bruder. First try, Alter. Boots. Oh, das war ein doppelter Hit, Alter. Nee. Okay. Lass mal, lass mal, lass mal hier vorne, lass mal hier vorne. Hier, hier drauf gehen. Mal gucken, ob wir von hier aus treffen. Oh. Nein. Oh mein Gott. Nein. Meiner, yes, meiner. Was? Digga, no way. Du stehst aber immer in der richtigen Ecke, Junge. Ja, ja. Das ist Skill. Michael Jordan. Geh mal da weg. Geh mal da weg, Box. Es ist Max. Junge, Alter. Okay, wir haben auf jeden Fall, wichtig wird mit der Tonass, der in der Nähe ist. Also das wird auf jeden Fall noch ein Win. Okay, auf. Komm schon, geh rein. Ja. Nein. Ciao. Wieso trefft ihr immer? Ich treff gar nichts, Alter. Das habe ich auch getroffen. Mein Ball, guck mal, guck mal, der orange Ball. Guck mal, was der macht. Das ist doch ein Standardball. Deswegen triffst du nicht, Idiot. Mein letzter Korbis. Ich treffe es mit Golfball. Fast. Ist ja unmöglich einfach. Ich treffe es mit Golfball, ich sag's dir. Ansaugel. Loll. Richtig im Multitarent der Prox. Was ist denn? Guck mal, mein Ball, der prallt jedes Mal irgendwo. Das ist doch nicht wahr. Ey, ich habe kein einziges Mal in Tilt getroffen. Kein einziges Mal, Digga. Und du willst Flickshots machen, Alter. Richtig, richtig belastend. Egal, jetzt geht es darum, wo es mir vor allem nicht rumgehen. Ich habe keine Waffe. Ich habe keinen vernünftigen Loot. Ich habe nicht mehr eine Waffe. Jetzt gibt es Action. Gegner von rechts. Ein AP. War, Junge, war die letzten Kill, Alter. Schade, Digga. Ja, da hat Icronwax wohl wieder verloren. Ich würde sagen, wir machen es nochmal. Du hast es nicht mal geschafft, einen Basketball-Court einzubringen. Ja, ich würde sagen, wir machen es nochmal eine Runde in Retail-Raw. Komm schon, ich bin aber echt nicht zufrieden, Alter. Hoch hinaus aufs höchste Dach. Und dann schmeißen wir von hier Basketbälle. Das macht Spaß. So, kommt mal her. Aufs höchste Dach, Alter. Ja, hier, von hier aus. Komm mal hier. Achtung. Oh, und der trifft. Pass mal auf, ey. Ciao. Ich treffe nichts, Alter. Ganz ehrlich, Junge. Ich bin so wack da drin. Ich bin so schlecht, Leute. Ich kann dieses Video eigentlich nicht hochladen, weil ich so... Ey, was ist denn das? Pass auf, Rebi. Zieh zu und lerne. Nein, Brox. Nein, 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 nein. Den hast du aufgehalten, Max. Versuch nochmal, Versuch nochmal, Brox. Versuch nochmal. Ja, Max hat den aufgehalten. Max, geh mal weg. Halt mal auf, Max. Oh mein Gott, Digga. Das wäre so verrückt gewesen. Knapper Hase. Lauf. Ey, welcher Assi war das? Irgendeiner von diesen komischen Randoms hier. Es ist aber auch schwer, vom Hausdach zu treffen, ne? Das ist gar nicht so einfach. Komm, lass jetzt alle vom Hausdach versuchen. Wer ist da her? Was er vom Hausdach schafft, ist jetzt der King of Warst. Okay, okay, okay. LOL. Aus dem neuen Film. Ich habe den Mülleimer getroffen. Das ist ja auch ein Korb. Und dafür habe ich... Warte mal. Och, Digga. Ey, Petro. Siehst du? Siehst du? Ey, Leute, das ist so schwer. Ich raffe nicht. Ich glaube, auf PC, also wirklich, ich treffe... Ach, Digga. Nein, Digga, wirklich mal. Macht bei euch der Ball auch so einen komischen Leck? Ja, klar. So, von hier? Nicht mal von hier treffe ich, Alter. Ey, Leute, ich glaube, das ist echt nicht meine Sportart, war? Ja, Korb, Junge. Korb, Junge, seit Jahren. So, ich würde sagen, ganz ehrlich, Alter. Trickshot-Challenge am Arsch, Alter. Mir reicht es jetzt. Wir gehen jetzt hier einen Win holen. Wir kämpfen, Junge. Ey, Jungs, unser Team ist wieder kompletter Abfall. Das Erfetzen uns wichtig. LOL, der Typ hat hier diesen Playstation-Spin. Hier für 300 Euro. Ey, das ist... Was ist hier los, Alter? Digga, ich komme gar nicht. Ich komme auch nicht, ich glaube. Digga, warum haben sie so viele Explosionsgeschosse? Kann mich immer kurz hochziehen. Mach's gut, Jungs. Ich hau'n Jumper ab, Alter. Ich schäle dich alleine. Ich habe euch mal der Falle geholt, Digga. Das geht hier bitte schon ab. Baby, Hilfe. Junge, ich kriege die ganze Zeit so Leckschellen. Das glaubst du nicht, wa? Ja. Ich habe einen noch gefinisht. Immerhin, Digga. Ach, Mann, Junge, dieser Spastis, Alter. 50-50 ist der größte Müll der ganzen Geschichte, Alter. Juma, guckt dir mal unser Team an. Das bestand aus trollenden Nosekin-Fuchsen, Alter. Okay, ich werde keine weitere Runde in meinem Leben 50-50 spielen. Das war das dümmste, traurigste Erlebnis der ganzen Zeit. Leute, wenn ihr wollt, dass wir mal eine vernünftige Basketball-Trickshot-Challenge machen, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Sobald der Playground-Mode ist da, müssen wir uns die Kacke nicht mehr geben, weil das war gerade einfach nur unter aller Würde. Schaut auf jeden Fall bei Voxen und iCrimax vorbei. Heute Abend, Tast und Livestream bis Bescheid. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.